Hi, zurück zu The Wolf Among Us. Wir sind hier immer noch in der TripTrap Bar und gucken jetzt mal nach Lillys Sachen. Ihre Schwester liegt hier und schneicht ihren Rausch erstmal aus, ob sie nicht wach werden. Anpacken oder ansprechen? Ja, das sind ihre Sachen, ne? Das ist ihr, Woody? Woody, ist das ihr? Ja, sicher. Woody, Bar ist geschlossen. Und Lillys ist auch nicht da. Also, du kannst zurück nach den Wald gehen, ich glaube. Okay, Hauptsache, sie schneit weiter. Im Hintergrund einer von den coolen Brüdern, naja. Schlaf weiter. Warst du überhaupt nicht so interessiert? Sie war eine schöne Frau. Sie rief zu viel. Natürlich interessierte ich. Ich interessiere immer noch. Ich hoffe, so. Ich hoffe, du sollst. Lillys Funeral. Es war einfach so fucked heute Nacht, aber ich noch wünsche, dass du da gewesen bist. Ich weiß, wie er sich nicht so gut gemacht hat. Ich weiß, was Bigby ist. Wenn er... wenn er das interessiert hat. Wenn er sogar das interessiert hat. Wenn er sogar das interessiert hat. Ich weiß nicht. Ich weiß, warum er sich aufrund hat. Ich wünsche, dass er aus meiner ganzen Leben ausgesucht hat. Er interessiert über diese Sache. Über Lilly. Über Faith. Ich weiß, er macht. Er macht. Du glaubst, das? Ja. Er weiß, er kennt ihn besser als jeder. So... Ich denke, ich nehme deine Worte. Ich habe ihn darüber, damit habe ich mir gehört. Ich warte auf. Das ist das Problem. Ich mache dich. Hey! Bigby, wenn du da bist, pick up, okay? Komm, pick up. Snow? Oh, danke Gott. Tell me, du hast etwas gefunden. Ich habe es, Snow. Sie ist hier mit Lilly, danke. Es ist auf White Plains Avenue, 1284. Es ist ein Abiturkommal. Great. Wir gehen. Krane ist meeting ihr in ein paar Minuten. Okay, wir gehen. Ich will nicht ihn. Ich bin da. Okay, ich bin da. Eintreten. Eintreten. Wait, 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 what are you doing? What does it look like? Don't just kick it in. We don't know what's on the other side. Let's just save the last resort for the last. Make sense? Oh, my God. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, don't hurt me. We are so sorry. We didn't realize you were right there. Are you all right? Who are you? Who lives here? I'm... I'm sorry. It's all right. It's okay. Calm down. We're not here to hurt you. Are you sure? Yes, Mr. Wolf can get a bit excited sometimes. But that's all over with now, I assure you. Now, what's your name? Rachel? Who are... Who are you? Just so... We're not strangers. Deary? I'm the big bad wolf. Bigby. Really? Wow. I've heard about you. Have you? All about how the woodsman cut you open, combed you rocks for dinner, and then threw you into the ocean! And you can't even swim! Did I leave a scar? Can I see it? Are you and the woodsman friends? I heard somewhere that you guys are friends. But I mean, I wouldn't think you'd be friends after something like that. Actually, kid, just call me baby. And this is Snow. Oh. Okay. Okay. Voll anetics. Is there... Anything you need? Ich kann nicht die Leute in. Deine Mutter ist jetzt in Hause? Ich brauche nicht einen Baby-Sitter. Ich kann das Essen all bei mir selbst. Ist es... etwas, was du willst? Ich glaube nicht, dass ich wirklich helfen kann. Rachel, wenn ich nur ein kurzer Gehreise bin? Wir werden sehr schnell, und er wird nicht mehr bemerkt. Ich bin hier alle Nacht. Niemand ist hier. Okay... Okay, Bigby. Ich werde dir nicht mehr bemerkt. Ich werde mich in Probleme. Was sind wir genauer? Crane, wir können immer noch hier sein. Das ist deine Mutter? Ja. Ich denke, ist es eine große Band oder ein Klassiker? Honk-tonk. Keine Ernährung. Deine Mutter ist eine Hunter? Oh nein, sie nie... Das war in den Wald in Dix Mountain. Ich denke. 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 Was ist das? Mami benutzt das, um eine Klassiker zu schrauben. Das ist aus dem alten Welt. Klassiker? Wie Glamour? Ich denke. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Wir sind es nicht hier, aber ich. Ah, die nervt ganz schön, ne? Irgendwie ist sie komisch. Haben wir irgendwas übersehen? Das kann jetzt nicht sein. Wir müssen hier irgendwas finden. Nicht technisch. Die Butcher. Was ist das? Ein Package. Das hat mit jemandem der Butcher. Ich habe einen genau wie es, in der Tweedle. Gott, verdammt. Nichts. Ich fange auf den Nachmittag. Ich bin auch. Kann ich jetzt nach Hause gehen, bitte? Was ist das eine Glamour-Tube? Mami wirklich nicht lässt sich jemanden spielen mit dem. Ich glaube, ich habe versucht. Oh, nein, 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 nein. Bitte, 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 bitte. Juste das zurück, genau wo du sie gefunden hast. Niemand kann es spielen mit dem. Es ist alles gut, honey. Bigby wird es nicht verraten. Oh, du wirst nicht verstehen. Du wirst sie raus, wenn sie herausfinden, dass ich die Leute in hier verraten, und sie verraten ihre Sachen, okay? Sie verraten die ganze Zeit, um zu sehen, ob die Dinge verraten. Ich will nicht in die Probleme. Ich will nicht in die Probleme. Schau, ich bin bereits geflogen. Juste das zurück, genau wo es war. Bitte. Snow, komm mal. Ist das eine Glamour-Tube? Es ist ein Glamour-Tube. Es ist etwas passiert hier. Nein! Lass es hier! Bitte, bitte. Das ist nicht das, was du denkst. Du musst mir glauben. Der Mann nicht hier, ich versuche. Es wird okay sein, Rachel. Bitte. Ich versuche dich. Ich will nicht... Ich will nicht... Ich will nicht in die Probleme. Ich versuche dich. Ich versuche dich. Du machst das erst mal. Was? Nicht genug ausreichend? Du denkst, dass wir Zeit haben, um diese Scheiße zu verlieren? Du denkst, dass das eine gewisse Spiel ist? Nein, ich nicht. Aber Herzlichen Glückwunsch auf gewinnen, wenn das dir wichtig ist. Alles klar, beginnst es zu erklären. Und von Beginn. Ich bin in den Wald, mit einem Jackal und einem... Nicht so! None of this pathetic witchcraft crap is gonna prevent me from prying what I need from your gullet. Now tell me where Crane is! I ain't a fortune teller, Wolf. I have no heavenly idea where he went to. You have to know something. Unless you want a recipe for owl stew, there's nothing I know that would help. Just why in the name of everything holy are you protecting this weaselly scumbag? I mean, what on earth could he have done to deserve this kind of loyalty? Crane could be hollow bones tomorrow, and you wouldn't see me cry a drop. But that doesn't mean I can tell you anything. You have friends, don't you? Well, I don't want Crane's friends for enemies. If you're not protecting Crane, who are you protecting? Get this through both of your skulls. I can't tell you. Just you being here is bad enough. There's powers at work here beyond your pathetic authority. Whatever it is, Crane Leaf, whatever it is that's keeping you from saying something, you have to forget it. This is more important. We can protect you, okay? Whatever it is you're afraid of, we can make sure that it won't come to pass. You have no idea what's going on, do you? Yeah, asianbar. Okay, you know what I think? I think we've been more than patient with you. This witch has been selling illegal glamours that continue to undermine everything we've built. She's harboring a fugitive that took advantage of it, and now she's resisting every attempt to make things right. I frankly don't give a crap. If she's afraid for her life, we can at least make sure she never hurts us again. We're destroying the tree. No! How dare you come in here and threaten to take from me the one thing that... That tree is ancient. It's part of the family, and it's the only thing paying for this shithole apartment. And the fables who can't afford the glamours from you come to me for help. Without them, where do you think they could go? Don't give me that. You're making money off of other people's misery. Two fables are dead because of this crap. It's too dangerous leading the stuff with her. You think I like being the old woman in these stories? The men are heroes, the ladies are whores, and the old hags like me get to watch everyone they love die. We have very different ways of handling our fate. I'm very different means to handle it too. And I don't use it as an excuse to wreck people's lives. I'm sorry, Sheriff, but please... Don't do this. Isn't there another way? She's a witch. Can't she just work for us? That way she'd be official. You want to reward her for criminal behavior? We can't trust this woman on the 13th floor. It doesn't matter because I'd never do it. I'm not a house cat, and I don't play well with others. Trust me, no one would confuse you for a cuddly animal. Bigby, this is an order. Burn the tree. No, look, look, I'll tell you, I'll tell you. Crane was here. He was here and he left. He went to the pudding and pie to try to use my ring on the girls over there to get information. What does the ring do? He thinks it's the ring of dispel. You know that it will pierce the protection around the girls' speech. He says pulling the truth out of them will prove his innocence. It won't, though. Damn thing lost its power decades ago. I'm sorry, but we still can't let you keep the tree. It wouldn't be right after what's happened. Bigby. Please, Sheriff. Don't. Orders are orders. You've doomed me. Do you know that? I told you everything, and then you extinguished the only measure I have in this horrid world. What monsters are you? What horrible, evil, villainous, warped monsters are you? I have nothing! Nothing! You took everything from me! I have nothing! Tja, order is order. Ah, I think that's correct, right? Sonst bastelt die noch mehr Zeug. Why has Bigby actually no own car? I mean, sorry. That's Crane's car. No, it's nothing you need to concern yourself with. I don't think so, at least. Shit. Hold on. Sheriff, is there something more I can help you with? You decided you want a taste of the words? Oh, I see. Come to audition, you bitch. Fucking fuck, man! Tell me what you know! Fucking fuck. You can't just go in there! We have a problem. Tell me who did it! Just tell me who did it! I know you know! Mr. Crane, please! She can't help! I know you know what the plan is! I won't be held accountable for this! I can't! I can't! I'm sorry, I... Don't move, Crane. You're under arrest. Oh my god, Bigby! I had nothing to do with this! I... I... I didn't do anything! I promise you, I didn't do anything! These girls... the girls, they'll back me up! I... just have to get this stupid ring working, that's all! They can't talk because of that spell, but once this ring gets through, I'll know what's going on and this whole thing will be over! That's all, please! I'm innocent, completely, completely innocent! The ring won't work. Greenleaf sold you out. What? No! This will work! I assure you... it must! I... 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 you... Damn you! Come on! Please! Tell me who killed her! My lips are sealed. Wie viele Jahre? Was? Wie viele Jahre hat das passiert? Too... Too viele. Aber ich habe keine Frauen zu töten, Bigby. Ich hatte nichts zu tun. Ich... Ich... Oh Gott! Wir haben die Fotos von dir und Lilly. Ich weiß, ich weiß. Das war... Ich... Ich liebe dich, Snow. Ich liebe dich und... Ich bin sorry, ich bin nicht Prinz Charming. Okay? Ich bin sorry, ich habe dich nicht schraubt und weg nach Europa. Du möchtest mich nicht, Crane. Ich weiß, was das ist. Ich habe es gesehen. Es ist nicht Liebe. Was? Ja. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Bei diesen Frauen? Er ist nicht... Er ist nicht... Er wäre nicht so groß genug. Er wäre nicht so großartig. Er ist nicht so großartig. Er ist ein schrecklicher Kerl, nicht ein Mörderer. Danke, mein Lieber. Es bedeutet so viel... Schuhe! Was hast du gesagt? Du denkst, dass er es überhaupt gemacht hat? Wenn du das Zimmer gesehen hast... Ich muss das Zimmer sehen. Es gibt vieles, das er zu antworten muss. Es gibt vieles, das wir alle zu antworten müssen. Das ist anders, Snow. Und du kennst es. Du sagst, du hast evidence von ihm defraudt Fabletown. Von ihm benutzt unsere Geld für seine eigenen... ...ambition. Das ist eine Sache. Aber du hast keine Angst, er ist ein Mörderer? Wir haben beide ihn so lange kennengelernt. Ich kann nicht glauben, dass ich das zu hören habe. Hast du gesehen, wie er war, als du kamst? Ja, ich weiß, wie das... Warum würde er sogar hier kommen, wenn er nicht aufbauen würde? Er dachte, er sei, er sei. Und vielleicht ist er. Der Mann weiß mehr, als er sagt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, okay, er wahrscheinlich macht. Aber es gibt eine Unterschiede, zwischen dem zu sein, und dem der Mann, der das gemacht hat. Okay, aber wenn Crane nicht die Fäith und Lilly... Entschuldigung, aber wer das denn? Entschuldigung, als ich sie zurückgekommen habe, dachte ich, das war Schluss. Ja, ich weiß, und ich entschuldigung, aber... Wir haben uns aus dem Weg gemacht. Wir haben uns verletzt, Vivian. Wir haben uns zu schuldigung, aber wir wissen, was wir tun. Ich habe keine Angst, dass wir so... Wir haben uns zu verlettern, dass wir die Geld von Fabletown für Jahre alt sind. Wir haben uns zu verlettern, Wir werden uns nicht zu töten. Wir werden uns zu töten. Wir werden uns zu töten. Wir werden uns nicht zu töten. Wir werden uns zu töten. Wir werden uns zu töten. Okay, I think. You have what it takes to run that office. You think I didn't make sacrifices? I made sacrifices. And you won't be in that chair one minute before you have to give up something you care about just so the wheels don't fall off the goddamn wagon. I did the best I could with what I had. And the town took everything it could out of me. If I maybe took a little something back in return, then so be it. I have no regrets. Better save your energy. You have to go away for a long time. Okay. Stupid girls and preposterous schemes. Okay, vorsicht, vorsicht. Ups. Oh, da wird's eng. Da wird's eng. Abhauen. 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 Na, das war klar. Oh, du Scheiße. Ach, die zwei Brüderchen. Na gut. Georgie hat die Leute gerufen, ne? Wer ist jetzt das? Not now, not now, not now. Hush, the grown-ups are talking. Guys? Speak English. Who are you? No, 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 no. That's not how this works. How this works is you are going to walk Crane over here. Like a good doggy. It wasn't my fault. Shut up. You're interfering with official Fable Town business. Step aside. Ich glaube, das interessiert die nicht. Tweedledee. What's the, uh, you know, that thing, the Mondays call me? What? Uh, Bloody Mary. Bloody Mary, that's it. Thank you. And do you know why they call me that? Because some of them, they think it's funny to have their little sleepovers and go into their little bathrooms and say my name five times in the mirror. They find it less funny when I actually show up and feed their lungs to the family dog. Uh, and I do that for a hobby. Like golf, to relax. This is my job. I like my job. So think about what I'm going to do to you, your girl, and the rest of your friends, if you don't hand over the sock puppet now. This was really the wrong day to try and pull this shit. I told you he'd never just give him up. Fuck it. Tja. Aber es geht doch nur mit Silberkugeln. Komm, Freunde. Bigby? Ja, Bigby ist Wolverine. Aufstehen, Bigby. Es geht weiter. Der wird richtig sauer jetzt. Oh, oh. Nicht aufgeben. Ihr kriegt sowas von Ärger, Freunde. Ja. Jetzt wird die Hose eng. Okay. Okay. Alter, das war falsch. Mensch, das hätte ich nicht gemacht. Ja, okay. Hm, das war gut. Ich habe nicht gesehen, wo das hingehen sollte. So, komm, jetzt gibt es aber nochmal einen. Tja, die sind jetzt erstmal hin. Sorry. Sorry. Lass mich raten. Silberkugel. Oh Gott, Rikki! Das war ein gutes Show. Aber, du weißt, es hat nur noch nicht gewonnen. Es hat nur noch nicht gewonnen. Oooo. Can you argue with these results? Because I know I can't. Wait! Stop! Just take him, okay? Take Crane. Just stop, please. Yeah, I don't know. Snow, don't do this. It's your lucky day, kid. The crooked man says it's okay with him. Glück gehabt. Hello, Ichabod. Got a stomachache? Entschuldige Kugel raus. Oh, and just between us girls? Crane ain't no killer. I mean, look at his face. Couldn't stick a pig if his life depended. Nope. Not like your boyfriend. Oh, and just into here. Orvis? Orvis? We've been in mute. Relationship we have with you guys? Das war knapp. Okay, mehr dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao! Okay. 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 Then again, you don't have much choice at this point, do you? Okay. Okay. Vielen Dank.